60 Sekunden hat eine Minute, 60 Minuten eine Stunde, 24 Stunden ein Tag. Was fange ich an mit meiner Zeit? Nutze ich jede Minute bewusst? Jede Stunde? Wie fühle ich meinen Tag? Gestern hatte ich Lust auf Kochen. Slow Food. Stunden hat es gedauert, aber Spaß gemacht. Viele Stunden, gefüllte Zeit an einem Tag. Meine Zeit steht in deinen Händen, steht in der Bibel. Meine Zeit ist Teil von Gottes Zeit. Seid behütet und gesegnet.